Alden hat er geschrieben, geh doch mal zum Windenbach, du brauchst doch noch für deine Qualifikation auf Stippe den ab 500 Gramm Trophy-Fisch auf Ultra-Light-Set mit maximal 1,5 Kilo Schnur, Alden. Na dann rennen wir doch da mal hin zum Windenbach und testen, was er geschrieben hat, der am Schul. Ähm, Güster, hier, 500 Gramm, 60% Auswurf, 7 Meter Stippe, hab ich die, muss ich gleich mal gucken, ich glaube nicht, auf 1,5, 72, 85, 80 Zentimeter, hat er geschrieben, welcher Köder, ich glaube Wurm, oder? Hat er geschrieben, sehe ich es gerade nicht? Doch, hat er geschrieben, Kaster und Made, 16er Haken. Also, gehen wir da mal hin, 72, 85 ist hier am Steg, so muck wie dat. Und wir schnappen uns unsere kleine, da ist sie sogar noch, so, 1,5er Schnur, 16er Haken, ich hab ein 15er, meinst du das geht? Ich glaube, das geht. 15er Haken, Kaster und Made, hat er Kaster und Made geschrieben? Ich bin auch schon wieder, ich bin auch schon wieder durch in der Birne, Alter. Äh, Güster, Windenbach, bla bla, äh, wo hatten wir es? Da, Kaster und Made, 16er Haken, 80 Zentimeter Tiefe. Gemacht, Alden. Ich danke dir für den Tipp. Dankeschön. Ich probiere es, Alden. Auf die Trophy, fertig, los. Wir brauchen eine Trophy, also, heißt eine Güster, ab 500 Gramm Trophy Gewicht. Güster hat 800 Gramm. Also, ziehen wir doch hier einfach mal die Güster als Trophy. 1,2, äh, 1,5 Kilo Tragfähigkeit hier auf dieser Route, auf diesem Set. Super tricky. Ich würde sagen, ich werfe nochmal ein bisschen weiter aus. Super tricky, hier einen mächtigen Fisch mitzufangen. Denn die ballern eben auch übelst rein, ne? Wie weit hat er geworfen? 60 Prozent. Na, vielleicht muss ich ein bisschen weiter, bei 7 Meter. Das Ding hier ist ja kürzer. Und immer drauf achten, Güster macht ja den Hebebiss. Das heißt, daran erkennt man auch schon, ist es wirklich gleich eine Güster, die hier beißt oder nicht. Bisher eher nichts. Bisher eher noch gar nichts sogar. Wäre natürlich interessant. Wäre übelst interessant. Ich versuche mal ein bisschen weiter zu werfen. Ja, aber so wesentlich weiter komme ich hier mit dieser kleinen Stippe nicht. Das ist ja die günstigste und einfachste Ultralight-Stippe, die man sich gönnen kann. Einfach nur mal um so ein bisschen rumzutesten, hatte ich die auch schon, pfff, vor Jahren irgendwann mal geholt. Und habe das aber nie wesentlich irgendwie großartig weiterverfolgt. Stippen ist halt immer eine Qual. Aber was tut man nicht alles, wenn man hier die leichtesten der Qualifikation doch schon mal abschließen möchte. Und das sind tatsächlich die Stippaufträge. Alles nur halb so wild. Man muss es bloß mal machen. Und es ist natürlich immer halt diese Stippqual. Aber ansonsten sind die durchaus realistisch. Da finde ich so eine Rapfentrophy von Landausfang auf Blinker. Deutlich heftiger. Oder einen 40-Kilo-Karpfen auf der Matchroute. Auch schon eine Challenge. Und so weiter und so weiter. Also da gibt es schon deutlich schwierigere Geschichten. Genauso eben auch der 100-Kilo-Welts und sowas. Ja, da muss man halt auch passendes Set für haben. Und für die Stipprekorde, ja, braucht man natürlich auch ein bisschen passendes Set. Aber das ist auch durchaus erschwinglich und machbar. Bisher exakt null Ergebnis. Ich ändere mal eben auf den Regenwurm. Güster mag auch gerne mal den Regenwurm. Kaster und Regenwurm. Kaster eigentlich für mich immer so der Köder Nummer 1. Auch eher für die Hasel. Und apropos Güster. Ich hatte tatsächlich einige Güster an dem letzten Haselspot, den ich in einem der letzten Videos gezeigt habe. Ist nicht so ganz so lange her. Wenn ihr Bock habt auf Haseln, gerade im Low-Level-Bereich, macht euch an die Haseln. Übelst die XP und übelst auch halt von der Kohle. Lohnt sich richtig. Und wenn man da die, ja auch da, 15er, 16er Haken, wenn man da mit der Hasel auf diese Haken geht, Hakengröße auf Hasel geht, so rum besser, dann lüppt das richtig gut. Dann gehen auch einige rein, über 100 Gramm. Und die bringen kohlemäßig richtig viel. So, was können wir ändern? Ich ändere einmal die Tiefe. Ich gehe einmal deutlich höher rein. Wir haben gerade 16 Grad. Es kann wärmer sein hier, aber dadurch, dass wir jetzt schon Abend haben, hat es sich den Tag über wahrscheinlich aufgewärmt hier. Das heißt, wir probieren es einfach mal. Guck mal, da zuppelt es auch schon los. Wir probieren es einfach mal hier. Alter. Direkt, da müssen wir den Wurm direkt wieder abmachen. Ei, 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 ei. 770, aber so wird die Güste auch ansatzweise reinballern. Mit 800 Gramm als Trophy. Das heißt, diese Action, dieses Action Limit hier, das haben wir auf jeden Fall. Und wir sehen, das kriegen wir ja raus hier. Wir bekommen das Ding ja raus. Made wieder dran. Nochmal. Zack. Barsch ist ja ganz nett, aber den wollen wir nicht. Vielleicht ist es aufgrund der Temperatur halt tatsächlich so, dass die gerade ein bisschen höher stehen. Und ich teste natürlich auch gleich nochmal ein bisschen tiefer. 80 Zentimeter hatten wir jetzt gerade schon durch. Und dann muss man einfach variieren. Und das ist eben auch das Geile, gerade beim Posenangeln. Ihr habt einfach die Möglichkeit, im Laufe des Tages mit den steigenden oder sinkenden Temperaturen, da eben auch eure Tiefe anzupassen. Wenn ihr denkt, oh, jetzt wird es aber gerade mau und flau und es wird gerade kühl, vielleicht auch einfach mal ein bisschen tiefer gehen, wenn sich die Fische so ins Tiefe zurückgezogen haben, weil es halt kalt wird. Dann einfach mal probieren, ob da auch was geht. So, das haben wir auch wieder durchgezogen. Ich gehe jetzt tatsächlich nochmal richtig tief. Ich weiß gar nicht, wie tiefer kommt. Testen wir mal einen Meter. Passt das hier? Könnte passen, ne? Ja. Das könnte doch gut passen. Vielleicht geht ja sogar, vielleicht geht ja sogar die Gründlingstrophy rein oder sowas. Gibt es da nicht auch sowas? War da nicht eine Qualifikation? Eine Trophy-Zugfang unter 150 Gramm. Die Quali gibt es auch, richtig. Qualifikation auf der Stippe. Trophäe. Unter 150. Da geht eine Fette Hasel rein, Alter. Auf einen Meter Tiefe. Ich freue mich. Sehr gut. So muss das. Kasta. Ich überlege die ganze Zeit schon mit dem Köder, ob ich nicht noch was anderes dran mache. Eigentlich wäre es tatsächlich der Regenwurm. Oder ich nehme Süßteig. Süßteig auch immer wieder an der alten Festung für Güster. Komm, zieh ab. Schön mit dem Treibangeln noch. Komm, komm. Oh, vorbei. Hakt er noch? Ja. Ja, noch bekommen. Also. Guck mal hier, Alten. Ich rasiere hier noch gleich mit den Haseln, ey. Nehmen wir einmal die Zuckmücke. Auf einen Meter Tiefe. Ich nehme auch gerne die Hasel mit. Brauche ich auch noch in der Quali. Auf ultraleichtes Gerät. Nehme ich alles mit. Ich nehme die Hasel. Oh. Ne, doch nicht. Ich nehme die Hasel als Trophy. Ich nehme im Anschluss auch die Güster noch als Trophy. Und noch eine Laube oder ein Gründling als Trophy. Alles drei nacheinander. Alter, das wäre mega. Naja, bescheidene Träume. Ich bin gespannt, was im Dunkeln jetzt geht. Also Hasel ist im Dunkeln deutlich seltener. Ich denke mal so bis 23 Uhr, manchmal 24 Uhr. Ab und zu geht da noch was rein. Deutlich weniger. Also probiere ich es jetzt gleich hier nochmal mit Teigen und mit Würmern. Ich hoffe, da geht was. Ich gucke mir das ein bisschen an. Und dann hoffe ich, dass ich euch gleich noch hier ein paar feiste Güster präsentieren kann. Alter, präsentieren ausgesprochen. Und da kommt schon der Hebebiss. Zack. Da ist sie. Die erste Güster. So muss das allen. Güster 300 noch was. Ist noch nicht genau das Gewicht. Doppelt so schwer kann sie werden. Aber tatsächlich, Kasta und Zuckmücke hat schon geliefert. Und dann sieht man auch tatsächlich gleich diesen Unterschied. Zack. Nächste. Hebebiss, Alten. Oh, das ist aber klein. Nee, guck mal. Ein Gründling. Nehme ich auch mit. Nehme ich mit. Zack. Da kommen sie ran. Alter, ich bin aber auch ein Narr. Du kannst es dir nicht ausdenken, Alter. Da muss es erst, da muss es erst so lange dauern, bis es bei dem Trottel hier mit der Rute in der Hand erstmal Klick macht. Und bis er sich denkt, ja, Güster, ne? Wirf doch mal eine Futtermische rein, Alten. Katastrophe, Alten. Ich habe jetzt gerade erstmal schön fünf Futterbällchen reingeschmissen. Mal gucken, ob da was geht. Erster Fisch. Sofort eine Güster. Katastrophe, Alter. Und da steht der Elch hier und probiert. Ei, ei, ei. Güster. Güster springt natürlich gerne an, auch auf Futtermische. Warum denn auch nicht? Ich baller gleich nochmal raus. Mann, 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 Mann. Ist natürlich das Erste, was man machen kann, ne? Um den Spot zu aktivieren und wenn man weiß, hier sollen die Güster sein und man fängt auch schon Güster. Ja, guck mal hier. Dann ran an die Güster. Futter mische rein und gebe ihm. Aktivieren das Ganze und optimieren für die ollen kleinen Güster. Also, ich suche nochmal ein bisschen mehr. Das waren jetzt gerade nur fünf Stück. Hier, Güster, weiter geht's. Wir ballern nochmal raus. Diesmal nicht ganz so weit. Eins, zwei, drei, vier, fünf und zwei noch für den Geschmack. So, ein bisschen weiter unten. Katastrophe, Alter. Dem musst du auch alles erklären, ne? So. Und dann hoffen wir jetzt hier auf die absolute Güster-Explosion und natürlich auch auf die Super-Trophy. Ah, nee, besser nicht die Super-Trophy. Die ist wahrscheinlich dann zu schwer. Die Trophy reicht mir. Super-Trophy war, glaube ich, über 1,2 Kilo, wenn mich nicht alles täuscht. Will ich nicht haben hier auf 1,5 Kilo Schnur. Das ist dann ein bisschen zu heftig. Kaulbarsch kann gerne mit rein hier. Nehme ich alles mit. Nehme ich alles mit. Die Frequenz ist gar nicht schlecht. Dafür, dass man hier so mit einer Route steht, lübt das eigentlich ganz gut. Ich habe schon einige Köder durch. Ich ballere jetzt natürlich, nachdem ich hier endlich die Güster-Futter-Mische reingeschmissen habe, ballere ich auch gleich gerne nochmal den Süßteig mit rein. Wir haben jetzt gerade relativ kühl mit 12 Grad. Ich bin immer noch auf 1 Meter Tiefe unterwegs und auch nach wie vor mit einem 15er-Haken. Ich habe schon überlegt, ob ich mir einen 14er oder so dran mache, dass ich tatsächlich doch deutlich größer reinballern kann. Hebebiss, aber zu spät. Oder zu klein. Das kann natürlich auch sein, dass wir dann natürlich streng selektionieren zwischen, also allein mit dem Haken schon, zwischen den sehr kleinen Güstern und den großen in, keine Ahnung, 300 Gramm plus. Wir wollen natürlich die großen. Bäm! Jawohl! Von daher können wir auch gerne auf die ganz kleinen hier verzichten. Die großen bringen ganz gut Kohle und wir wollen ja auch die Trophy mit 800 Gramm haben. Das ist halt hier der Knackpunkt. Aber ich sehe schon, es wirkt. Und ich werde auch weiter durchziehen. Schön den Tag auch noch ein bisschen länger hier weitermachen. Und wenn auch zwischendurch, das wäre natürlich auch der Hammer, vielleicht ballert hier auch noch mal eine Hasel rein. Das wäre doch gut, ey. Vielleicht haben wir jetzt hier einen Spot, wo wir quasi gleichzeitig an einer Stelle die Chance haben, auf, ja, wie vorhin schon gesagt, auf eigentlich auf drei verschiedene Trophäenarten. Das heißt, wir haben einmal die Chance auf die Hasel, wir haben die Chance auf die Güster und im Idealfall vielleicht noch auf einen Gründling oder auf eine Laube mit einem eigentlich viel zu großen Haken. Wäre doch der Hammer, ne? Das wäre der Hammer. Aber müssen wir halt ausprobieren. Wird getestet. Bisher ist es okay. Und auch jetzt teste ich nochmal ein bisschen weiter. Ich würde sagen, nochmal ungefähr bis zur Mittagszeit, dass wir dann hier wirklich noch ein bisschen ein Ergebnis haben mit den verschiedenen Ködern und verschiedenen Köderkombinationen. Kombinationen. Jawohl. Und weiter geht's. Also Leute, es läuft wirklich gerade hier echt gut. Gerade auch mit der Kombination Kaster und Zuckmücke. Kaster und Made werde ich gleich auch nochmal wieder testen, wie mir vorhin geschrieben wurde. Wäre natürlich auch durchaus nochmal eine Option. Also es läuft gut. Ich bin übelst zufrieden schon alleine vom Spot. Wenn ihr Bock habt hier auf Güster oder euch fehlt das Ding noch am Windenbach, ihr wollt die fangen. Jetzt ist, glaube ich, hier ein ganz guter Moment, um die Dinger rauszuziehen. Ich hoffe auch noch auf den Gründling, Alter. Ich sehe hier schon gleich die Gründlingstrophy reinballern. Ich habe da nichts dagegen, ey. Einfach mal hier stehen und durchballern. Was mir allerdings die ganze Zeit auffällt, und das habe ich gerade auch wieder gelesen, und das habe ich jetzt auch schon mehrfach gelesen, von den ganzen Hard-Nerds, die hier mit den Stippen rumhantieren, die sind hier viele eben mit einer 7-Meter-Stippe unterwegs. Wie ist das denn bei dir? Auch mit einer 7-Meter-Stippe unterwegs? 7 Meter Ultraleit. Ich tendiere ja echt gerade dazu, mir das teure Gerät zu kaufen. 7 Meter und immer noch Ultraleit mit einer Tragfähigkeit von, was war das, 5,6 Kilo? Wäre halt mega sexy und würde so manche Qualifikationsaufgabe im Ultraleitbereich natürlich deutlich leichter machen. Wäre das was? Meint ihr, das wäre was? Vielleicht einfach mal auch unten reinschreiben, ob ihr mich da seht. Dann könnte ich ja vielleicht doch noch mal ein bisschen was investieren in so eine Stippe halten. Schön auf UL und dann die dicken Brocken ziehen. Alter, ich sehe es noch. Hier kommt noch der Gründling. Ich mache jetzt hier weiter. Das ist ja jetzt hier irgendwie das Gleiche. Ihr seht ja, was hier geht und was nicht. Hier an der Stelle Fudermische nicht vergessen, ihr Lümmels. Ist ja ganz klar. Wer angelt auch ohne Fudermische auf Güster? Und dann rappelt es. Aber so richtig. Petri, ihr Lümmels, wenn das Ganze geholfen hat, gerne den Kanal abonnieren. Das hilft mir mega. Unglaublich, wie es mir hilft. Ihr könnt es euch nicht vorstellen. Wir sehen uns dann in einem der nächsten Videos oder im Livestream auf Twitch. Montags, Mittwochs, Freitags ab 19 Uhr. Petri. Petri.